Ok, wir müssen bei mir fahren, beim Renault Dauti. Da ist gerade ein Seist am Wert, in zwei Busunternehmen. Komm Harald, mach schnell. Mach ich. Ok. Wir haben vorhin gerade eben die Länge geroutet haben. Ich glaube wir machen jetzt mal nicht so eine Lange Route, oder? Ich darf es nur entscheiden. Also wir können gerne die vier nochmal machen. Dann machen wir nochmal die vier dann. Wie du wäschst. Ok. Immer bei mir die vier machen, da fahre ich aber dann mit den, mit dem Bus. Ne, ne, nicht mit dem Bus, sondern mit dem Bus. Mit dem mittleren. Dann kann ich hier dann halt mit dem mittleren fahren, sonst wird ja nicht den. Mit dem mittleren? Ja. Ja. Weil ich wollte, weil ich mal wieder reinkommen mit dem mittleren Bus. Dann muss ich es halt bei mir machen. Ja, warte, es ladet gerade. Ja, ich muss eh noch hier alles durchsetten, Motor anmachen. Und kurz nur in alle Türen. Also die hintere Tür sich auch auf. Und alles ist in Ordnung. Und ich habe... Und ich habe... Oh, egal, wir haben... Wir machen mal wieder eine Nacht... Eine Nachtschuld halt. Igal. Äh, so ab auf die vier. Mit Nachtschuld aber egal. Eigentlich wollte ich Tart machen, aber verdessen wir mal Nachtschuld nochmal. Okay. Oh, das war noch ein Feiertag. Ein Feiertag auch noch. Uh. Bedeutet, sehr viel Fahrt ist das. Ja. Mal, ich muss mal gucken. Ach. Ach jetzt. Äh. Warte, ich muss mal gucken. Warte, ich muss mal gucken. Ach. Ach jetzt. So, alles ist an. Ach. Ach. Oh. 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 Also ich bin bereit. Ich bin bereit. Warte doch! Okay. Analytieren funktionieren. Ähm ja. Davor kommt gleich schon ein Kollege von hier. Mit dem... mit dem Tüter... der Tüterbos. Arad, was machst du denn für Sache? Ich habe den einen Autofahrer nicht kommentieren. Drei Minus, drei am Start am Minus. Nur weil ich leider einen Autofahrer nicht gesehen habe. Ich bin gerade am Start am Schwarzfahrer. Vor uns ist mir, glaube ich, ein Bus 1 vor mir. Aber es ist gerade eine Feiertage, gerade mehrere Fahrteste. Das heißt, ich kann auch sehr viel Schwarzfahrer erwischen. Kommen wir zur Rinden, kommen wir zur Rinden. Warte, ich gucke mal ein bisschen tiefer noch mal nach. Außer wir sind raus, da möchte noch jemand einsteigen. Jetzt habe ich die Fahrtattekontrolle machen. Fahrkarte. Na klar. Die Fahrkarte. Die Fahrkarte. Oh nein, ich habe sie vergessen. Ein Schwarzfahrer erwischt. Jawohl. Was? Fahrkarte. Fahrkarte. Jetzt sind eine Minus hier draußen, was ich gerade eben nicht voll Lust gemacht habe. Wo habe ich denn... Klar. Klar. Fahrkarte. Und die Fahrkarte. Nur ein Schwarzfahrer. Auch in Ordnung. Oh, sorry. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Und jetzt ist die Fahrkarte schon im Jog. Es ist so, dass du Sie mir schmerzen kannst. Also. Nächster Hall. Settermann Vorschusszentrum. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passen kann. Was wäre alles? Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Ich muss einfach halten. Wieso? Ey, Vater ist beschwert, weil das Licht gar nicht an ist. Wo eigentlich das Licht an ist. Sie haben das Licht nicht an. Ich hab das Licht an. Okay. Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich dachte, ich hätte das dran gemacht. Doch, da haben sie doch es. Warum habe ich das? Ich muss erst mal kümmern, dass sie mal Licht an ist. Was ist jetzt los? Sie sollten mal das Licht an machen. Ja, machen wir es halt in der halben Stelle, okay? Ich probiere halt, aber... Vielleicht ist es halt, die Lichtstunde hat den Fett von Light. Kann ja auch noch mal was dran los ist. Ich probiere alles, was ich fand. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Ich mache gleich das Licht an. Hast du ja nicht Licht angemacht, oder wie? Eigentlich schon, aber... Sie sollten mal das Licht anmachen. Anscheinend, ähm, funktioniert das hinten da nicht. Nächster Halt. Selber Mann. Vorschusszentrum. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Eieieiei. Ich hoffe mal... Lächter hätten Sie gar nicht warten können. Lächter warten. Lächter warten. Oh, hoppla. Ich habe es gleich einmal gemerkt. Ein Marienkäfer, meine Knie. Weil ich scheiße abgelandet wurde, bin ich eine scheiß Lichtleiter. Wo ich halt so abgelandet, dass ich alleine hier drauf gelandet bin. So, jetzt rinnt dann an oder rinnt dann aus? Hinten ist an. Also bei mir ist es vorne aus. Aber Licht, ähm... Haben wir das Licht geschlagen? Ja, die fatteste... Jetzt haben wir die fatteste Licht endlich. Jetzt können Sie nicht mehr rumwäckern. Halt ja, ich muss meine ganze Zeit Licht. Fahrt, haben Sie die Kontrolle? Ich habe Ihnen... Sie haben meine Fahrkarte schon gehört. Hab ich Ihnen schon ge... Augenblick. Wie oft wollen Sie... Echt? Klar. Oh, Schwarzhaarer. Ich habe Ihnen meine... Ja. Ha! Schwarzhaarer. Sie haben mein... Das bedeutet... Ich glaube, ich bin jetzt ein... Hab ich jetzt wieder zu Kohle... Hab ich jetzt einen Stern. Da, da, ein... Okay. Ich bin ein bisschen so weit nach vorne. Das ist jetzt... Link, geht! Was ist dann auf dem Konzert mal ein Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafen. Genau. Die werden dann so ausgesehen, wie die Schlagband sind, was beim alten Titter werden. Ach nee. Ich glaube, Sie haben das abmännlich gar nicht an. Ich habe ja auch... Er dem ist abmännlich gar nicht an. Hä, doch, du hast es doch an. Ja, komisch. Was soll denn das? Sie haben das Licht nicht an. Und ich sehe, dass es bei dir auch an ist. Ja, also... Sie sollten mal das Licht an machen. Die Frage ist, ob Sie nicht so beschwere. Ja, das Licht ist an. Ey, Junne. Sind Sie dumm? Nur völlig gut an Bord heute. Ich sehe. Motzen die rumlos, weil das Licht an ist. Sie haben das Licht nicht an. Was haben die sonst nichts zu tun? Ey, ich grabe das Licht an, aber wenn Sie gerade noch rummotzen sind, mache ich dann halt das Licht halt noch an. Das liegt, wo ich hier reinbleiben kann. Aber das kennt es so sehr. Ja, ich muss es ja leider machen. Sonst wäre auch so die Fahrteste da nicht mehr. Sonst brauche ich noch Umfälle. Und ich will hier aus den... 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 Den zweiten Stand bekommen. Ich will hier aus meinen Minus rauskommen. Weil lauter Ab und so und dann wird noch mehr Umfälle passieren. Von den Fahrteste. Und wenn du weiterfährst und sagst es oder hufst es schön. Ich weiß, was Fad hat mich zu vorleihen. Hab ich Ihnen schon... Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Was? Ach so. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wie die meisten gestern schon fahren, die ja wegen der Akepiste. Wo hab ich denn... Ah, hier bitte. Na, was? Äh, wo, wo, was? Augenblicke. Da. Na klar. Nichts. Na klar. Was? Was? Ach so. Hier. Ja. Ach nie. So. Bei ihr unterdessen. Schön. Wie ist das noch gleich? Gruyere, Auverg, Grandaire, Grandaire. Ah, stimmt. Junge, Aachen, er ist natürlich mal gut. Was bleiben Sie jetzt mit Gruyere? Was? Wie? Colony? Ich sage Gruyere. Nein, fußt den Aller. Fusst den Aller. Jolle. Ich habe auch die nur scheiße labern. Aber wir gibt es mit den... den Aller umverwuchten Anfänger weiterbewandeln, weil ich jetzt einen Autofahrer da nicht gesehen habe. Oh, nein. Alter, mein Feuer tat ist aber Glücksblaschieren eigentlich. Ich habe noch ein kurzes Mal nach, nicht mehr. Ja, ich habe schon eine vierte Stadt bekommen, also. Ich habe in meinem Minusdienst da, was ich vorher gehabt habe, habe ich alles wieder gut gemacht. Das darf jetzt alles wieder gut und auch passen. Also nur die Seine scheiße umgefallen, weil ich diesen einen Autofahrer da nicht gesehen habe. Weil die Seine eine Abbietung auf dieser aller... ähm, diese eine Haltestelle. Klar. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Sehr gut. Na klar. Hier. Na ja. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Dann darf ich nicht den Anfall verpassen. Hier. Was? Ach so, hier. Ach so, hier. Ach so, hier. Ach so, hier. Ja. Ich glaube, ich habe Rat. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich hatte. Aber egal. Mediacentral Astra. Mediacentral Astra. Okay. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Ach nee. Die Leidenschaft hat so viel Atom 10 in den Hütterhöhlen. Oh, ein bisschen mehr. Ey, das ist so, wo die Welt ist. Das war ein echter Film. Das war ein echter Film. Im Ruheleicht da raus. Von Rausbrennen. Die Leidenschaft. Stellt es mir mal ein echter mal vor. Vielleicht gibt es die Serie eigentlich schon. Ich habe es schon mal danach. Aber dann überlegt man danach zu Google. Also, ich weiß dann bei einem Video von dir, dass der alte Segel wird auch Frieden von den echten. Ja, im Vorteil. Im Vorteil. Das ist die alte Stelle. Ja, altes Segelwerk. Aber ich Sinne desine, wie ein Video von dir. Nächster Halt, Mediacenter, Astra. Boah, ich dachte, da würde ein Rottstuhl fahren, aber das ist doch keiner. Weil da war so viele Leute, das habe ich gerade gesehen. Das waren doch keiner noch die beiden Wörter. Aber bei Feiertag können wir nicht die Kohle verdienen bei Feiertag. Ja, man hat keine Unfälle gebaut. Das stimmt auch wieder. Aber Feiertag ist eigentlich nur zufällig, oder? Ja. Müll. Okay, die Fahrkarte bitte? Die Fahrkarte? Die Fahrkarte? Ja, klar. Die Fahrkarte? Ja, klar. Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Ach so, hier. Wo hab ich denn? Hier. Hier. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hupe wieder, wenn du so weit bist. Die Fahrkarte? Gut. Hier, bitte. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte. Ja. 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 Ja, warte. Ja. 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 Ja, jetzt sitzt. Ich wollte geradeanst�전en und nachschauen. Also jetzt hörenschehe mal. Jetzt haben wir einen попробión. Das Gefühl ist ein Auto vor mir. Und vorne ein Auto. Und hinten ja noch vor mir. Also das vorne Aut, und dann kommt hinten ja ... und dahinter ein ein KW. Und das vor mir. Jetzt müssen wir halt mit dem Problemen leben! Junne, ich stehe mir hier auf dem Straßenauto. Junne, ich will dein Unblöd ins Leben tragen. Wo ist der gerade hier? Alter. Junne. Jetzt hat er es wieder auf. Ich will hier hinter dir auch. Perfekt. Junne, der hat eben richtig lebensgrad gewesen. Dein Autobahnfahrer. Junne. Okay, wenn man bei einem Feuertag nur ein Unfall baut und den Rest dann ohne Unfall baut, ist alles doch im grünen Bereich eigentlich. Dann wirst du Millionär. Weil der erste Unfall, da kriege ich nicht so viel Minusschaden dafür. Das kommt drauf an. Was ist denn ein Unfall? Das war schon ein leichter Unfall. So hundertstelliger Bereich, nicht eine Millionenbereich. Ach Scheiße. Also der Unfall war nicht in einem Millionenbereich, sondern in einem hunderten Bereich. Warte, ich hab mal kurz, warte kurz, ich lass schon. Hundert... 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 Also das geht eigentlich von... ...her. Also nicht sehr viel. Das geht von... ...vom... 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 ...diesen kleinen Schaden, was... ...ich den einen Autofahrer da nicht gesehen habe. Ich hab so einen Hunger. Okay. Warte. Warte. Das ist ja was, was in die Bescheidstelle aussehen. Über Farbe. Ich glaube, Sie haben das Abblendlicht gar nicht an. Juni, ich hab das Licht an. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Nein, soll ich nicht. Das Licht ist an. Wir würden dann gleich alles verprüfen, in die Haltestelle hier gleich. Okay? Mann, ich dachte, die würden auch... ...die kommen bald dann hier. Sie sollten mal das Licht anmachen. Sie sollen mal das Licht anmachen. Du hast auch das Licht an. Das Licht an. Du blöde, blöde Tu. Also. Sparke, gut. Sie ärfen. Blöde Tu. Hier hängt ihr das auf jeden Fall nicht an. Ich nehm mal die aus. Ich nehm mal die aus. Ich nehm mal raus. Ah doch. Die haben recht. Ähm. Das eine Licht war ausgestalt. Und da haben die aus. Sie sind dran gekommen. Entschuldigung. Die Vaters haben doch recht gehabt. Ein Licht war ausgestalt gewesen. Das vorderen Licht. Das Abblendlicht. Vorne war das. Scheiße. Nein. Nehmen wir halt alles noch verbessern. Ah. Scheiße. Gut. Jetzt wird gesagt. Nur da muss ich denn das. Scheiße. Nehmen wir halt alles noch verbessern. Fahrt. Wo liegt denn das? Hier. Eieiei. Schnell aussteigen. Wo ist die Person? Wo ist die Person? Wo ist die Person? Jörne. Wo sind sie? Ne. Da sind gleich ein Minusfeld. Für uns für alle muss. Da vorne ist die Person. Eine Schreifung haben. Und nicht die Haare. Jörne. Jörne. Die ist echt schnell gewesen. Bitte schön. Bitteschön. Puh. Ein dreihalber Stern. Ich muss gerade schnell gerade überprüfen. Jörne. Da muss gerade jemand hier. Ich muss gerade eben was geliehen lassen. Jörne. Laufen. So. Ja. Immer ist die Fahrtkarte von den Kuppelzollern. Sie haben meine Fahrtkarte schon gesehen. Immer schnell Fahrtkarte von Vorlein. Mit offenen Tür. Versuch. Augenblick. Ich hab Ihnen meine Fahrtkarte schon gezeigt. Hier ist die Fahrtkarte. So. Fahrtkarte. Na klar. Sie haben meine Fahrtkarte schon. Wie oft wollen Sie. Na klar. Hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Sie haben meine Fahrtkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen. Klar. Hier ist die Fahrtkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen. Ich hab Ihnen meine Fahrtkarte. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Na doch. Ich hab alle kontrolliert. Ich muss gerade auch um die Tür. Die Tür stehen halt. Oh stopp. Warte. Ich hab noch zwei Bremsen an. Hoppla. Hier zeige ich dir mal, dass ich die Hand habe. Ich hab noch nichts abgeladen. Das war ja die Handelbeinigung. Ich hab noch eine frau. Es ist auch ein Fakt. Ich hab noch eine Alright. Ja da. Geht teraz in der Zeit. Und ich hab noch mal ein Watt. Ganze dann. Was war noch mal an? Dann habe ich schon mal. Also mit dem Leibus kann ich schon durch ein Reifahren hier, in die Kurve. Moment, wo ist mein Hut hin? Keine Ahnung wo dein Hut ist. Vielleicht wird es nicht laut, keine Ahnung. Moment, wo ist mein Hut? Das war so ein schlimmer Tag. Na ja, ich bin recht. Ich bin schon schwer. Ich fühle mich zu kommen gerade. Nächster Halt, Brennensplatz. Ich glaube, jetzt. So, bitte einsteigen. Wiedersehen. Was printen. Mülle einsteigen. Ich will auch nebenan einsteigen. Ich will zum Beispiel die Fahrtraten kurz vorlesen. Ich wollte gerade schümmen und in dem Moment ist einer zu spät eingestiegen. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Wo hab ich denn? Ah, hier bitte. Klar. Hier, bitte. Ich hab' ihn meine Fahrtrat. Hier, bitte. Hier ist die Fahrtrat. Ich hab' sie vergessen. Schwarzfahrer, endlich den Schwarzfahrer. Ich hab' ihn meine Fahrkarte. Na klar... Ich hab' ihn meine Fahrkarte. Klar. Ich weiß, wann fach er ist. Maunzi, ist der Fisch gefangen? Was? Ja, aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Sie lag oben auf dem Aquarium. Sie lag auf dem Aquarium, und ist da nicht nass geworden. Und ich will nichts wissen von Scheiß Katze Maunzi hier. Halt einfach eure Schnauze von Scheiß Katze Maunzi. Ah, das ist meine Haltestelle. Oh, stopp, stopp, stopp. Ne, man muss aussteigen. Jetzt wird das ausgestattet bei mir. Ey, Juni, die Sachen, was bei dir vorher passiert sind, passieren jetzt beim... Muss jetzt in dem Moment bei mir passieren, Daudi. Daudi? Kannst weiterfahren. Ey, du musst ja ruhig reden, Daudi. Äh, bist du noch da? Ah, reicht's. Ey, du hast recht... Ja, du kannst ja nicht mehr hören. Warte, was ist passiert? Keine Ahnung, ich hör mich vorher gar nicht hören. Weil bei mir... Ich hab vorher zwei Schwarzfahrer erwischt. Zwei Schwarzfahrer auf einem Streich. Und vorher muss einer bei mir aussteigen, weil die Person überweist, die Haltestelle für das hat. Das ist, was bei dir passiert ist. Bei mir. Ja. Und ich hab reden, die reden, und ich hab gedacht, warum gibt es doch relativ keine Antwort. Äh, ich hab dir die ganze Zeit keine Antwortes. Ich konnte dich gar nicht hören. Nein. Gauwisch. Oh, oh. Nein! Scheiss Auto. Was hieß? Grundfall. Ja, aber... Warte... Ich habe... Ich habe... Okay, hunderte... Millionen... Bereiche... Aber ich habe... Zehn Millionen Geld schon an meinem Konto. Nur weil ich das Auto ohne Koffer nicht gesehen habe. Dass da vorne ein Auto gestanden ist, wo ich in den Koffer rein gefahren bin. Weil ich das Auto da nicht gesehen habe. Immer wieder. Zum zweiten Mal. Meine Herren, der zweite Bus kommt gleich nicht. Er muss nur gucken, dass er irgendwie bei dem Auto vorbeikommt. Ja, ich muss gucken, dass ich mal... Wenn ich das nächste Mal auch ein Auto sehe, wenn ich da rein fahren will. Jawoll! Ich fahre. Ich fahre ganz gemütlich. Ich gehe in die Kurve rein, fülle sein Auto nicht. Darum stehen. Auf der anderen Straßenseite. Gegenüber. Tschüss. Tschüss. Von mir. Bis dann. Hast du ein Schwarzfahrer erwischt, oder zwei auf einem Schlatt, wie ich gerade eben? Ich habe drei erwischt. Geil. Auf eine Streich? Ja. Alter, bei mir war es nur zwei gewesen, auf eine Streich. Drei waren noch nie die Fall bei mir. Ach, so ein Dreiertag ist schon was Feines. Ja, zur Vollzeit ist was Feines. Also wir müssen arbeiten. Ich muss mal raus. Ich kontrolliere. Mach ich. Fahrkarte bitte. Ach so. Hier. Ich habe mir meine Fahrkarte schon gezeigt. Danke. Fahrkarte? Klar. Fahrkarte? Sie haben meine Fahrkarte? Augenblick da. Hier bitte. Fahrkarte? Wo hab ich denn? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ähm. Na klar. Wie oft wollen Sie die denn? Sie haben meine... Habe ich Ihnen schon? Sie haben meine Fahrkarte? Hier ist die Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So. Mal starte ich. Die Fahrt. Harald, so wie du stehst ist perfekt. Weil jetzt können keine Autos kommen. Ich muss noch kleine Blätter machen. Ah ja. Schusspeichel. 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 Ich glaube nach der Schusspeichel musst du ja aber den Lennepart kommen. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt kommt. Die eine alte Stunden, wo ich mal verpasst habe. Die kommt jetzt. Die kommt jetzt. Die kommt jetzt. Ich darf jetzt nicht mehr verpasst sein. Ich muss kurz mal gucken, wie viel Kohle ich habe. Ja. Ich habe jetzt einen dreieinhalb Stern. Ich muss kurz mal gucken, weil ich habe den einen Minusrat eben. wo ich dann, wo ich das zweite Mal doch kein Auto gesehen habe, wo ich in Koffe reingefahren bin. Ich habe mir gedacht, ich würde so schön in Koffe reingefahren, dass ich ein bisschen mehr habe. Aber dann habe ich dein Auto nicht gesehen. Aufhlung. Farrakarte. 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 Von mir aus könnte ich jeder Tag ein Feiertag. Von mir würde auf einem Feiertag einen Feiertagャesen machen. Farrakarte. Bitte alle mit alles bleiben, ich fange ein paariance quieten. Jawohl. Da habe ich eine schwarze Jahre wieder. ich habe ich ihnen schon wie oft wollen sie die denn noch sehen ich ihnen schon wollen sie dennoch augenblick da wollen sie dennoch sehen hier ist die fahrkarte habe ich ihnen meine fahrkarte ich habe ihnen meine fahrkarte wollen sie die denn noch sehen wie oft wollen sie die denn noch sehen sie haben meine fahrkarte schon gesehen ich habe ihnen meine fahrkarte ich habe ihnen meine fahrkarte schon gezeigt habe ich ihnen schon gezeigt hier sie haben meine fahrkarte schon gesehen ich bin meine fahrkarte schon gezeigt es ist aber schwach bei mir wirklich vielleicht war ich nicht so dass ich einmal verpasst habe in der kunden hier ist der wo ich einmal verpasst habe ist das gerade ein unfall hier 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 wie soll ich jetzt da vorbeikommen Daudi Halt mal an ich habe ein scheiß Problem warum war ich da ja kommt mal her warte ich mach mal ein blinker wie soll ich jetzt hier durchkommen Warte ich komme ich komme warte ich komm ich komme ich komme wie soll ich jetzt hier durchkommen Laura Was denn lass ich das machen ja mach du das mit Weil die ist kein Autofahrer nach vorne es reicht langsam Ich mache doch dort nichts. Ja. Ich weiß, aber das Auto da vorne ist genau in dem Moment gekommen, wo ich hier auf die andere Spur wieder hinfahren wollte, weil ich ihn ausweichen wollte von diesem Unfall. Ich wollte bei diesem Unfall ausweichen. Und plötzlich kommt dieser Autofahrer aus dem Nix dran eben. Ich wollte das zum Unfall ausweichen, weil wir scheiße der Autofahrer in dem Moment kommen. Alter! Das ist ja auch nicht weg, dass ich hier selber fahren kann. Doch, Isner, du Blöden fährt. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ja. Ich war halt. Kann ich wieder. Also wie ich jetzt gehe auf jeden Fall. Oder? Ich muss vielleicht nach vorne fahren, als hätte das Autofahrer nach vorne ist. Ja. Geht's? Ja. Hey. Nur, ich will das hier mal nicht... Ich will das hier mal nicht vorstellen. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Das Licht ist an! Was ist los? 30 Millionen... Hey! Lange nicht gesehen! Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial! Den ganzen Tag nur Sightseeing und shoppen. Die Vaters, die mich abgelennt haben, mit diesem einen Scheiß-Licht, wo er aus war, haben mich so abgelennt. Ah, ja! Bestell an meine Vaters, wenn ich mich abgelennt habe hier. Und bist jetzt hinter mir? Ja! Ich muss erst mal schauen... Jetzt muss ich mal so Millionen Schatten wieder durchmachen. Wie soll ich das machen jetzt? Kein Karo! Was tut denn hier so? Keine Ahnung, was ist denn? Hat jemand in die Hose beschissen oder so wie? Wo die Fahrteste? Hat jemand sich jetzt wie ein beschissen? Komm, Hörgert, du musst es ewig schaffen, mit dem Arm dabei. Dann hast du wenigstens den Ärger. Hörgert, dann kümmer ich dich in deine Fahrgäste und du kümmerst dich an die Lilanen hier. Gut! Warte! Mach doch mal auf, die Tür! Ja, warte! Ach, rollt! Ja, danke! Aber ich hab trotzdem mit dem Bus klar. Aber jetzt muss ich halt... So, fahre los, und fahrteste vom... vom hier, wo ich gerade durch kurz muss fahren, wenn ich schon machen. Weil ich wurde von anderem fahrteste die Nerven getan. Also schon kontrolliert! Ja, aber... Junge, wie sitzt du denn hier drin? Ich bin hier ganz hier unten am Boden! Junge, deine Fahrt... deine Fahrt... deine Fahrt... deine Fahrt ist dann angeblich... niemand hat eben ein Ufo zu sehen. Pssst! Also fahr' wir jetzt immer weiter. Oh Gott! Alter, das ist schon komisch. Das ist sehr komisch. Ich musste ein bisschen mitmachen. Fahr' ich eigentlich mitnehmen einen Bus. Weil die mir auch leider nicht mehr da fahren. Dann hab ich auch mal, in die Reinkommen mit denen. Na ja! Ja, dann kann ich mit zwei Personen oder nicht mitta reinkommen. Auch nicht schlecht! T-T-T-T-T, der ist doch schon an, du, Kogli. Die sind alle Vollidioten. Ah ne, der ist gemacht, was hinten wert. Das liegt doch an, du, Kogli. Doch, Torte! Eine von deinen Vaters hat ergeblich ein UFO gesehen, ich finde nirgends nur ein UFO. Ich weiß nicht. Äh, ja. Irgendwas, einfach tief. Jetzt können wir nicht laufen. Wo ist deine Tasche? Keine Ahnung, hat jemand den klaut? Oh, oh. Jesus Gott, warum zittert der Bus denn? Keine Ahnung, hat er vielleicht Roten genommen? Dein Bus zittert, Alter. Was kommt jetzt? Ja, er fehlt aber jetzt. Nächster Halt, leg mal. Ja, nicht viel weiter, viel weiter, komm. Nie genau. Ich dachte, halt, das ist immer, komm. Guck mal, ich bin nicht so spät und... Bis dann. Ja, der Vaters hat, weil wir mit Nerven unter anderem liegen. Da sehe ich gerade Müll gerade eben. So. Ich... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Was? Ach so. Oh nein. Schwarzfahrer! Ich hab sie verloren. Und wir haben gerade in die Bahn gehört. Und die Fahrerin... Ich hab Ihnen meine Fahrkarte... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Wo hab ich den... Ah, hier. Ja. Aber hier hinten ist noch ein, da. Nur ein Schwarzfahrer Ring? Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Seit davor. Okay. Auch in Ordnung. Aber wie viel... Alter. Bei dir... Bei dem musst du das auch ein bisschen ordentlich... Ähm... Und schon passiert. Minus... Die haben eine schon... 31... 0... 3... 7... 0... 0... 0... Wow. Warte mal. Du bist zu dir. Kaum. Irgendwie... Alter... Jetzt ist schaufer. Jetzt tut mir leid. Aber die müssen jetzt alle hier aufsteigen. Wollen sie nicht. Ich fahr mal hier ein bisschen nach vorne. Weil die sind gerade im Stau hier. Ja. Wieso wirst du die nicht sagen? Ja, und ich steh hinten drin. Ich hab's gesehen. Ich häng fest. Ich hab's gesehen gerade eben. Ah, jetzt sind jetzt dagegen es nicht. Oh Mann. Ich hab's gesehen oder? Ich hab' vielleicht gesagt... Das... Dass ich nicht... N... 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 Ach, da ist er. So. Boah. Alter. Bis wenn jemand aus diesem Chaos rauskommt ist. Das dauert Lande. Ja, man schafft es gerade geschafft. So, wir stehen. Signal. Ja, ich weiß, dass wir zu spät dran sind. Ich bin ja gleich beim Harald. Bis wie weit er kommt jetzt. Der andere muss kommen bleiben. Du kannst schon mal bei mir aussteigen. Der andere muss ansteigen. Warte auf mich nach vorne. Mein Vater ist doch groß. Müssen wir aussteigen. Warte, ich bin auch noch geliebt. Und für dich doch da. June, zwei Sterne. Deine Frage ist zu sagen, gerade sie haben ein UFO wieder gesehen. June, wo ist ein UFO? Ich denke jetzt. Hey. June, ich wollte... Ich wollte die Fatate kontrollieren. Ich will den scheiß Müll aufheben. Ruine neben ihnen liegt. Ich hab ihn, meine Fahrkarte. Wie oft wollen sie die denn? Sie haben meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Sie haben meine Fahrkarte. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Oh, den Blick da. Das wäre witzig, wenn sie noch so einen Namen sagen würde. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. June, ich wollte einfach nur den scheiß Müll aufheben. Und nicht den einen in die Fahrkarte kontrollieren. Warte. Warte. Dann werde ich mich nicht mehr davon vertrenden. Mach das. Pfff. Sag kann er. Ja. Und gleich auf die nächste Stelle. Und das wird dann wirklich ein altes Hilde werden. Aber dann. Glaub ich mal. Jetzt bin ich mal in die richtige Rittenliebe. Ich höre gerade eine Eule. Hast du auch gerade eine Eule gehört? Nee. Ich weiß nicht. Nee. Das ist ein Wald. Das hier ist doch hier. Ein unheimlicher Wald sein. Den man entdecken kann. Oh ne. Oh ne. Ich glaube einmal haben wir mal bei der Rundfahrt mal eine Köche. Und jetzt weißt du noch. Bei der Rundfahrt damals. Weiß ich nicht. Ja. Warum kann ich nicht vorbeifahren. Was ist los. Oh ne. Richard, aber. Juni. Platziert nimm mal die Tür. Eer. Eine Tür will nicht zutrehen. Einer Tür will nicht zutrehen. Was ist das hier los. Merkwürdig. Jetzt! Nicht viel weiter kommt jetzt. Ich dachte jetzt kommt der alte Filter, wer hat es mal geschickt in den Wald? Ja, das Sägewerk kommt ja auf der Sägewecke, ist ja ganz dahinten. Was kannst du bei dir zu essen? Äh... 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 Feldsalat mit... Ähm... Ähm... Ich weiß nicht, wie es denn normal ist. Ich weiß gerade auch nicht mehr wie... Junge, es ist dein Fußgänger über den Depo dran gefahren und dieses Teil ist hier den Fußgänger gefahren. Digga Depo, ist immer noch ein wenig verarscht. Es war angeblich, hast du gleich angeblich ein Fußgänger gefahren, angeblich. Ja. Oha, komisch. Obwohl das nicht mal ein Fußgänger war. Ja. War das mitten auf die... War da... War da... War da... War da... War da ein Zimmerstreifen und war da keinen. Da war kein Zimmerstreifen. Ja. Was ist denn da los eigentlich? Boah, der muss mal noch zufass deinen Fußgänger gehen, oder? Oder der muss... Oder der braucht... Wo... Hab ich denn... Ähm... Ich hab ihnen meine... Wie oft wollen sie die denn noch... Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Ja, bitte. Äh, wo hab ich denn, äh... Äh, 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 ach ja. Klar. Augenblick. Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, bitte. Hab ich ihnen schon gezeigt. Augenblick. Oh nein. Ich hab sie verloren. Nein, Harald. Bist du belastet, ne? Bloß waren wir zu scheiße. Wir haben öfter zu zweißen, wo der Simulator nicht zockt. Das liegt nicht daran. Dann... Dann... Dann ist es halt ein Kotzebatt vielleicht. Oder ein Spitzelkotze. Wo ist meine Tasche? Keine Ahnung, wo der Tasche ist. Aber ich... Aber vielleicht... Dann wird es dann... Dann wird was nicht fallen. Ich war einfach mit dem Chef überholt. So... Ich sag dir nichts, oder? Bist du... Eintragen... ...oder... ...Auftragen. Oder sie gehen einfach bei Harald. Oder alle wollen bei mir einsteigen. Äh... Es wäre doch, was dann... Was soll ich neu werden? Wenn dir mein Bus... ...so voll würde... ...an alle Sitzplätze belegt würden. Oh ja... Das sind... ...dass wir doch geile... ...dass wir mal... ...mal schaffen würden. Ich glaube ich... ...machbar in diesem Spiel. Ja... Ja... Wenn Feiertag ist, oder wie heute... ...und du nur alleine bist, dann ja. ... ... noch jemand einsteigen weil ich will jetzt noch mal offen lassen weiß doch jemand zu spät kommen wie oft wollen sie habe ich nun schon gezeigt bitte bitte ich habe ihn meine frage ich habe ihn meine wie oft wollen sie denn noch habe okay kann man heute hier im bereich Versteht doch wir? Okay. Weil einmal, weil es kann sein, dass ich einmal auch mal, mal kurz, mal mal was benimmt wir heute, aber normalerweise muss alles durch die Flügel laufen. Hey! Jonas! Du ruhrt so an! Also wir haben Vorfahrt. Und er dachtest, er hat Vorfahrt hier. Wir haben Vorfahrt, hier sind die Busse. Schönen zarten, warum wollen wir das? Wir fahren doch. Wir fahren jetzt. Normalerweise haben wir eigentlich hier, von dieser Kraftzeit gekommen, Vorfahrt eigentlich. Leicht. Ah ja. Laut Straßen und Regeln. Und da das Auto zuerst gekommen würde, von mir zuerst gekommen würde, dann müsste ich haben was anderes ab. He, tut noch nichts aus Segelwerk. Hey! He! Ich habe Ihnen meine Fahrkarte, wie oft wollen Sie Ich habe Ihnen mal klar, wie oft ich habe Ihnen schon gezeigt, klar, hier ist die Fahrkarte, na klar, hier bitte Ja, aber Okay, ich stehe weiter Auf geht's zum Slickeweb Au, es geht jetzt doch nicht weiter, ich muss sicher auf die Uhr, ich muss schlafen, denn wir müssen jetzt hier aufhören Ich schlau hier Dann sehen wir, dass ich auch hier die Pater beendet und die Fahrt wird nicht richtig verendet, aber egal Ich will hier auf Rezepte gehen und hier verlassen gehen, weil ich muss hier schlafen, denn es ist gerade 22.30 Uhr, ich muss um 6.30 Uhr aufstehen Boah, du Glücksspiel, ich muss schon um 5 Uhr aufstehen Ja, ja Ne, um 4 Uhr, 4 Uhr und 30 Uhr muss ich aufstehen Ja, dann soll er ja am Fonter dann, oder? Ich weiß nicht, weil ich gerade überlebt, weil ich schlafe euch in den Worten mit der Serie an den Coverfilter live streamen Oder das Spiel Erytha Was ich eigentlich am Fonter machen wollte, aber ein bisschen spät Hochdeladen, äh, äh, installiert worden ist Aber dann, wenn ich die Video vorproduziert, dann werden wir eigentlich schon sehen, was ich am Fonter live streamt habe Okay, aber es ist